Alter Alkohol Guten Nicht schon Gezerge, weißt du ein Gezerge? Gezerge Dann müsst ihr euch mal mehr anstrengen Mehr anstrengen? Ja Hast du das wirklich gesagt? Mhm Ich weiß es nicht Mach du mal lieber unseren Song fertig Ich bin dabei, ja? Ne, bist du eben nicht, du sitzt hier nur rum Das Software ist auch mal am anderen Weg nachzumachen Ich motze hier gar nicht Fein, die habe ich jetzt endlich erreicht Gehen wir weg, weg Haha, neuer Helm, ja geil So Oh Da fliegt was Wuhuuu Wie viel hast du von den Punkten, von den anderen? Ein PVE-Punkten? Mhm 3414 Ja, ich habe 2200 Ja, ich habe heute einmal mehr geswitcht Wir können ja auch mal Wir können ja auch mal Wir wollen dem INI glaube ich mal machen Wir können ja auch mal hier Jetzt geht hier alles ums Eidern wieder jetzt. Wuhu! Eidrack! Bitte mal den Tee nachfügt. Was mit meinem Grießball? Nächstes Mal komme ich in Schurz. Das? Und Kochhut. Ja mit so nem... Kein Kochhut. So nem Hausmädchen. Kostüm. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich kann so fest Stimmung schauen. Warum denn nicht? Okay. Nicht den Kopf schütteln. Ähm, ich frags nochmal. Was hast du mit meinem Grießball? Aber ich weiß nicht, ob ich diesen Rhabarber da wirklich drauf haben will. Machst du deine Scheibe? Weil der sieht echt ein bisschen komisch aus. Der ist halt gekocht. Der ist halt gekocht, der... nein. Irgendwas gehen ja enthält. Hast du Zucker? Sicher hab ich Zucker. Ja. Ja. Ich geb der Frau mal kurz den Zucker. Ich hab ich ihn gut, okay? Ich hab schnell aufgelissen weg proprio an. Ich mach dich gut. Und du entourage nach hinten. Ich hab hier die Schrift und im Internet aufgelenkelt. Oh, ich hasse wirklich so krass, oh, ich hasse diese knüppeldicken Bretter hier. You guys, wo ist Scooby? Scooby ist da? Ich bin hier. Scooby, bist du leise auf einmal? Tja, jetzt bist du wieder laut. Oh, hä? Hä? Du wirst da leise gesprochen. Nein, Scooby. Doch. Ich hab doch den Kopfhörer nicht auf. Soll ich ja schon Honig drin habe. Gib rein. Ich mach nochmal rein. Im Zweifel immer für den Honig. Hallo? Ich schätze, schon wieder mit der Nachtelfin. Immer mit der gleich. Keine Ahnung, ich hab mir ins Haare mal aufgebaut. Sag mal. Ja? Mach dir so dirty talk und so. Ja, was denn bei dir das? Ein Gentleman schweigt und genießt. Ja, nur ihr gegenüber, aber doch nicht mir gegenüber. Heute, wir sind im Internet. Oh, Schilline ist ja noch kein Tank hier. Ah, warum? Ah, warum? Wie hier ist er? Wer ist der Tank? Nedus? Nedus ist ein Rogue, also denke ich, ja. Solange wie seine Auswählen noch hält. Ne, das macht das gut. Wer ist jetzt full last? Der Leerwand. Der Leerwand. M-mesh-mesh-sikar. Weiß es nicht. Riddle, ist es riddle? Ratte. Ratte. Ach komm, weißt du, wie das hier aussieht? Messdog. Ist es Messdog? Soll es Messdog sein. Wer mäßtet den... den Messdog rein? Hey, 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 little Koja, hey, 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 little Koja, hey, 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 little Koja, hey. Woohoo, hey, it's this you, little Koja, little Koja, it's this you. Wo soll die Reise hingehen? Wohin soll denn die Reise gehen? Aufs nächste Reif, aufs nächste Reif. Steinbruch-Bunga zurück. Oh, good job, go. Ach man, ich freu mich so auf Arena wieder mal immer noch. Ja. Weißt du, das ist so ein Ding, da kann ich den Leuten einfach auf Fresse geben. Sie können nicht weglaufen. Neusammigkeiten. Und... Weißt du, viele Leute gehen in die Arena rein, ja. Dann kriegt man denn eigentlich den Rang, dann sieht man das sofort, merkt man das? Kriegt den Rang? Hm. Und wenn man Gladiator ist, ja. Am Ende der Saison. Also, das weiß man die ganze Zeit überhaupt nicht. Hm, ne. Was ist das hier für ein Fier? Oh. Entwaffnet unser Staff. Und gescheitlenst. Wo sind wir sie noch? Rogue. So, Rogue ist schon mal down. Das ist mir fast egal. Oh man, diese Magiezeugsdinger heiße ich mal ein bisschen. Screwy. Das wird schon witzig, wenn du dann immer Spare Reflect auf Cooldone hast. Da hast du eben so Priest da. Wie viel Damage die sich da selbst antun, sozusagen. Ja. Wenn dann nochmal so ein Crowd Control Ding durchkommt und es zappt. Super witzig. So, das Ding habe ich schon mal in der Tasche. 5-3 Sekunden haben wir Heißblut-Turm. Vielleicht gehen die Leute dann zu Turmstern. Dann haben wir die auch. Wollen wir Eisspringen-Bunker mal probieren, was zu reißen? Ja, machen wir. Wir haben 3 Minuten 40. Hier unten ist gerade jemand rein. Okay, ich habe durchgetappt, ist nichts zu sehen. So, wieder mal ist niemand bei der Turmstörung. Aber in 15 Sekunden haben wir sie. Ja, eine Schreckliche. 20. 20. 15. 10. 9. 8. 5. 4. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. Finally Wuhu Double Wuhu Och man, stirb halt einfach mal Hand auf den Ding, was noch Wir haben tatsächlich mal, ähm, Turmstörungen halten können Wir müssen den Steinbruch gucken, ob wir dazu können Bist du auch hier, hier vorne? Holy shit Ich freu mich auch auf die ersten PvE Gegner, die man da kriegt in der Arena Einmal so hohe Gritsmann Nein Ich würde gestern das mal, fuh scheiße Wuhu 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 Mhm, mhm. Mhm, mhm. Nice, wir sind schön beim Wurst. Das gibt viele Erfahrungen. Ich hoffe es. Naja, wenn man es früh genug macht, kann man von diesem, wie heißt das, nicht göttliches Licht, sondern diesen anderen Hiel, der so lange dauert. Heilende Strahlen? Ach ne, du meinst, was ich casten muss. Ja. Ähm. Na, du weißt, wer jetzt nicht meint. Auf jeden Fall. Ich glaube ich genug Zeit, dann die Bubble wegzumachen und noch diesen Hiel zu unterbrechen. Ja. Also das stärkste ist göttliches Licht, glaube ich. Ja, und das andere ist heiliges Licht. Na, dann mach ich göttliches Licht. Eigentlich ist vergleichsweise sehr schwach. Ist nur viel Mana sparen, ne? Ja. Dauert aber auch so lange. Na, dann werde ich für beides passen. Oh je. Oh fuck. Ich bin einfach mit meinem Mana am Ende. Sind zu viele Leute da? Die gerne was abhaben möchten. Tja, wenigstens Top wieder. So, ich hab die Sachen gekauft. Wollen wir mal ein Random Dungeon machen? Ja. Boah. Wir können ja, wenn es eine von denen, die wir schon hatten, jetzt einfach raus. Ja. Das ist ne gute Idee. So können wir das System exploiten. Ja. So, ich komm wieder zurück, Stormwind. ich komm riesig. Und deshalb bin ich nah. Ich schwere das Ding zu machen. Ah, nice. Das bringe jetzt gute Erfahrung, die voll erholt sind. Und Quest! Nochmal 104k extra, rockt schon. Nein, das Quest. Ich bin mit 121, ja. All okay? Ja, oh, ich muss mal sagen switchen, ja. Moment, eine Sache brauche ich ja noch. Was ist denn das denn so? Was ist denn das? Hammer! Hammer! Ja, also von meiner Probleme kann ich nicht reden. So, jetzt sehen wir auch endlich mal wieder eine neue Eni. Haha. Oh Ja, von den anderen beiden Minis. Das wäre auch krass, wenn es unmöglich wäre. Das ist ein komischer Wurm. Es ist komisch. Was ist denn hier los? Wo kommt das denn her? Ach, das Ding zeigt mir 5 Meter Abstand. Dampfende Welle. Das kann ich jetzt so benutzen als Maßband. Okay, you guys, das sind 5 Meter. Das hat bestimmt auch einen Sinn. Das kommt von Deadly Boss Mod. Hier ist Abstand. Boah, grießbar. Boah, danke. Boah, was denn? Heiß. Ausgerechnet ein Ring, ne? Heiß. Das ist klar ein bisschen pädophil, ich weiß auch nicht. Ist zwar auch nicht besser. 100k. Boah. Das bastelt natürlich dein, also das zieht deinen Gearscore ganz schön. Ja, ich bin jetzt auf 290.